Das ist U-R-I-G-O-N O-L-O-B-A-L-O Deine Marmelade Die ist im Schuh Was? Hä? Olaf, Olaf, Olaf Warte, hier hat die selbe Tarnung hat außer ich O-S-L-E-G O-L-O-S-S Natürlich machst du wie immer Fuse Naja, Fakt So ähnlich wie der Gun Fakt Also Bitch, ich kann mich selber damit töten Das kriege ich auch in der Zwischenzeit auch besser als ich Ja, wenn die Scheiß-Sklusen-Granaten in der Zwischendecke hängen bleiben Hab ich schon 6-Sklusen mit irgendeinem Puls, macht Fencher auf den Knacken schaffen Wollt Die sind hier unten Na los Die sind mit die Jungs Atten Wow, die Kuss To Lender kann ich gut Einmalar In den Klasse In die Füße In den Klasse In die Füße 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 was ich muss das haus viel wohnwagen hier sein ich ja da stehen zwei stücke im gang 2 er ist im langen gang auch da hinten am turm hier ist auch immer morbi neben dir ist er noch am fenster Prozent Prozent das hat so gut zu machen nach dem Moment eine Art gezeichnet dass der Kostik schien die mich nicht eng und alle die müssen zeigen wie man es nicht macht er ist ja immer der erste runde war alle die witzes auch nur einmal zu 0 gewonnen letzte runde ja stimmt wir lachen ja heute da auch bei 2 0 zurück und passiment ja klar es geht schon wieder bergab nehm rutschmute gell der hatte uns schon oft gegeben ich nehme wenn man auch gern holen alles massen zerschmied pr m die rasse wir müssen die gefahrgut behälter schützen die wand wurde gesichert schockthrohne die gegner hat den bio gefahrgut behälter lokalisiert macht die tür zu tun passiv okay da gehört auch in achtung die sind schon drüben gegenüber vom hauptfenster auf dem dach und die könnten ja am hauptenster mindestens zwei der kleiss liegt vorletzt da aber noch erinnert da kommt in der treppe danke habe ich da steht vorne in der ecke mit dem schild drinnen scheiße am hauptfenster der steht dort mit dem schild war in der ecke leon die gegner sichern den behälter dass das auf der rechten seite genau ich habe mir auch zuerst auf den biogefahrgut beendet ich habe mir auch zuerst auf sein erinnert ich steh mir vor der welt auf dem dach falle die von der 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 Alter, guck mal Leon, jetzt geht es mir wie dir. Ist aber das richtig? Jetzt habe ich mir orange Waffentanner gekauft, jetzt gefällt mir nicht mehr überwärts. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters finden. Ne, geht da umlaßen. Die sind unten. Loll? Hä? Ich war gerade schon die Treppe unten, dann stand ich auf jeden Fall wieder oben. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Lack des Graus. Also, ich stand schon unten vor der Bombe, dann war ich auf jeden Fall wieder oben. Brutal. Zehn Sekunden bis Einsatz. Moment, ich hatte Angst. Entschuldigen, hat Angst. Einsatz in fünf Sekunden. Wovor? Weiß ich nicht. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters. Lass mich mal die Tür da auf. Oder woanders mit da. Hier oben geht das Fenster auf. Hier oben. Ich wechsle das Magazin. Wir hier alle stehen. Die drei in die. Aua. Ich habe nur noch 15. Haupttür, 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 Haupttür. Geht weg da, weg da, weg da. Weg ist er. Alter, ich habe nur noch fünf. Hier ist auch ein Loch. Da ist so. Passi, du bist ja echt, wahr? Ja, ich bin kommt mit der Thron. Ach, okay. Wau auf. Ah, da an der Tür war gerade. Mache, steht genau da ohne. Unten. Unten, trägsmatte. Genau. Komm mal zu mir. Guck mal. Ne, schreng auf das Ding. Ne, guck mal, ob du da hinten das Schild an der Tür triffst. Läußer. Die ganze da hinten durch, war einer. Warte mal, ich komme zu dir. Wo? Guck mal, ob du das triffst. Ist schlecht schmal, ich weiß es nicht. Ach, ich versuche mal nach oben zu rennen. Ohne, ich habe schon vergessen. Mitte durch, mit einer. Mitte durch. Achtung, ich fuse die Treppe. Achtung, da kommt einer durch den großen Raum. Nein, gleich Schuss. Achtung, ich fülle es nochmal. Der fülle es nochmal. Der fülle es nochmal. Nein, der liegt doch da. Die smoke auf Wasser. Der haupt glaube ich genau da. Ohne, der Treppe. Ohne, kommt noch einer. Nur noch ein Gegner. Ach, hab ich. Ohne, ich war fast tot. Okay. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters. Warte, lass mich vorgehen. Passi, lass mich vor. Ich habe eh nur noch fünf. Ja. Lol. Ach, hier an der Ecke. Da an der Ecke. Ich habe immer noch keinen Kill. Das gibt es mich auch nicht. Drei Assis. Wie du weggeflogen bist. Warte, ich habe immer noch keinen Kill. Judith, ich hab dich wieder gehen. Ähh. die gegner haben noch zehn sekunden morgen kommst du wieder rein hat jemand da oben zu gemacht ja ich habe ja das wichtig ich habe noch eine wand aber hier ist nicht mehr höchstens die luge da oben die rebs von mir geht es gleich was der boden ist befestigt was ist ich habe ich stand doch um der ecke schild schild bin ich doch zu weit vorgekommen die sind hinten reingekommen links jemand ist immer treten aber der andere muss ja irgendwo noch treten hatte liegen bei marvin kommt noch einer nein der hat nicht mehr fehlen der ist ein der ist ein one shot das ist ja leider nichts Ah, Störsender, ja. Weit, weit, Störsender. Nein, nein, der war da, der war da, der war da, Leon, der war da. Der war recht. Ja, jetzt noch eine Falle. Hast du den Scheiße nicht gesehen? Stell dich jetzt mit dir an, mein Freund. Wieso was? Heroin. Feinstes Heroin. Oh, ist die Klappe. Oh, jetzt sieht das, das ist, das ist, das ist, dass es wehtun. Ne, irgendwann. Komm, lass mir die Kette mehr. Zeit abgelaufen. Der Behälter wurde nicht gesichert. Alles getan, aber wir haben es halt gleich gemacht. 4 Assists, alter. Ne. Was, was ist los? Alles deine Schülse. Ja, Julien, was ist bei dir los, alter? Guck mal, hier Kilt, die Assists. Kilt ist Kilt. Tschulien und ich arbeiten zusammen. Ja. Damit er auch mal ein paar Kiltz hat. Was ist mit mir los? Ja, weiß ich, was ist mit dir los? Ich muss ja schon warm, bitte. Ich muss ja schon warm, bitte. Alles pro Alex pro 23. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Oh, die haben uns angeschrieben. Oh, die haben uns angeschrieben. Da, wo wir waren, sind sie nett gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Oh, wo ging es denn jetzt hier wieder raus? Was ist denn hier? Huch. Oh, Störsensor. Einsatz in 10 Sekunden. Der geht raus. Da macht die Tür zu. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Achtung, Fenster aber. Jetzt da oben ist es, glaube ich, schon wieder offen, ne? Ja, das auch nicht. Da oben, das Fenster ist auch nicht. Scheiße, die haben mich gesehen oben. Boah, Hattie. Hattie, kommt der Hattie, wo war der? Ja, boah. Da war er. Sie waren keiner, ne? Da war einer ohne. Oho. 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 Tag, Marvin. Noch einer? Nein, ich bin tot. Ganz unten in den Turm. Komm, zeig dich, zeig dich. War der das oder ist hier noch einer? Da war einer ohne, gell? Den hab ich schon. Den hab ich schon. Warte, kommst du dir passi? Der ist ja noch nicht mal im Raum. Oder ach, doch, es umkämpft. Fahr doch mit der Drohne ran. Der steht hier rechts in der Ecke. Da ist er, da guckt die Knarre. Ey, Assist. Juhu, ich hab noch zwei Kills zusammengekriegt. Juhu. Da guckt die Knarre. Juhu. Juhu. Ich hab drei Stück der Nagel, Alter. Juhu. Bäm, geht doch. Bis zur ersten Runde.